Super, oh, shit. Ich kann doch keine Minen entschärfen. Bitte helfen Sie uns. Die reagieren auf Bewegungen. Nicht bewegen. Ich weiß, er hat die gleiche Stimme wie Lambert. Bitte, entschärfen Sie die Bombe. Bitte, entschärfen Sie die Bombe. Du hättest sie nicht sterben lassen dürfen, Fischer. Mission beendet. Nicht dafür. Geht doch. Ich brauche einen Code-Schlüssel. Wir haben keinen. Warum sollte ich das glauben? Es gibt eine Bombe. Was? Spitznatz haben Sie gelegt, um die Datenarchive zu zerstören. Wenn sie explodiert, fliegen die Gasleitungen und das Gebäude in die Luft. Wie komme ich dorthin? Sie brauchen den Schlüsselcode für die Tür. Ich glaube, er lautet 3-3-5-7-5. 3-3-5-7-5. Die Geschichte mit der Gasleitung hält uns auf. Ich bin schon auf dem Weg. Beeil dich. Du hast nicht viel Zeit. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Ich habe den Miel überlebt. Ganz langsam. Verdammt. Verdammt. B. S. A. A. B. B. Nochmal W. Bombe! Da ist eine Bombe! B. 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 A. A. B. Da war bestimmt auch nix Es wäre da auch noch mal runter gegangen Speicher-Stick Demo-Fight, du unfälliges Arschloch Hast du dir eigentlich aber, mir E-Mails über eine unsichtige Verbindung zu schicken? Benutzt PrettyGoodPrivacy Oder hör auf, mir dein Müll zu schicken Falls du mir noch einmal eine unverschließende E-Mail schickst Sorge ich dafür, dass Krinko dir ein paar blaue Augen verpasst Philipp Masse, hier ist... Natürlich kann ich die Luftwerksdateien gebrauchen Kling Kling Splittergranaten Millikit Oh Yeah Okay Okay Jetzt Ich muss hier lang Ich spreche zu euch allen Krieg ist ausgebrochen Beweckt sich da etwas? Hier liegt ein Bewusstloser Wauw 지금은 Kling Ich habe etwas geholpen Habe Feind gerichtet Warum geht es etwas? ich sehe noch nicht Körper. Da hinten ist so ein Typ mit so einem Code. Tasche. Juhu. Für die Hintertür. 1, 2, 5, 0. Akasha. Musst du eine Kurzschluss nehmen? Der Schlüsselkopf lautet 1, 2, 5, 0. 5 Patronen habe ich erst verschwindet. Und hier habe ich eine verschwindet. Aber dafür alle diese Aufsätze verbraucht. So. Das löst sich wirklich mit. Ohne dieses Synchronize Video-FPS viel besser spielt. Klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber... Wenn ihr V.O.V. oder so zockt oder ich als Old Republic und es laggt, kann man ja auch nicht vernünftig spielen. Also habe ich mal wieder was Gutes gemacht. Blut. Splittergranaten. Möchte ich mal verwenden. Ich verstehe es nicht. Ich mache es aber immer noch... Lieber mit der kleinen... Besser immer zwei Schüsse abgeben. Ich habe eine Leiche entdeckt. Jaaahhhhhh! Die Russen gehören abgeschlachtet. Zumindest diese. Ich muss ja nicht mitten im Gang stehen. Jetzt habe ich vier Kugeln verbraucht. Zwei. Oh jetzt... Mein bin ich guter Schützer. Hallo. Ist hier noch was? Wenn das hier ein Horrorspiel könnte man jetzt einen Billardschläger nehmen und jemanden in die Brust rammen. Ey! Kannst du sprechen? Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Bist du Ivan? Wer? Nein. Es tut weh. Bitte helfen Sie mir. Tod. Tod. Stellt euch dieses Bleckenweid tot vor. Krankenstation. Was ist das für ein Lärm? Wer ist da? Morgen! Mh! Mh! T guerre! Marm! Khler ErЯtt! Turut! Pufff 800 H tastes cool! Sagen Sie Ihren Männern, dass wir Genehmigung zur Gewaltanwendung haben. Jeder Einbringling ist unbedingt zu stoppen. Jeder Russer auch. Serverraum. Bollot, hörst du mich? Bollot, ich habe was gefunden. Ein Computer mit einem geöffneten Fenster auf dem Feuerschutzsystem steht. Bollot, bist du da? Zwecklos. Ich hab was machen. Wer ist da? Nein, das Rohr ist ein Weg. Ich hab Angst. Ich hab erst mal die Medi-Packs hier noch. Oh yeah. Oh yeah. Oh. 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 Das ist auch jetzt von hinten machen können. Weicher Stick. Rot ist wichtig. Jetzt ist die Feuerschütztür auf. Gut gemacht, Fischer. Durch. Rinko, ich bin alle Dateien, die aus Doggetys Rechner gezogen haben, saufällig durchgegangen. Und diese Arche ist nirgendwo erwähnt. Ihre Nachricht deutet an, dass die CIA dies mit ganz oben auf der Liste der möglichen Bedrohungen führt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir werden Doggetys PC weiter überwachen und das beste offen. Ich habe große Bedenken dagegen, zu versuchen, ein zweites Schlüsselloch in Lengleys Datenkanäle einzufügen. Ich glaube nicht, dass wir noch einmal so Glück haben werden wie bei Doggety. Also die wollten noch ein... Öffnende Türen hast du dir aber auch den Russen den Weg zu Ivan freigemacht. Du musst unbedingt als Erster bei ihm sein. Die wollten also noch einen PC überwachen lassen. Also rein. Missionsupdate. Um unsere Ärsche abzusichern, haben wir das FBI eingeweiht. Wir werden ihnen Ivan überlassen. Und was soll ich dann hier? Ivan ist Techniker. Alles, was wir brauchen, um Nicolaze zu finden, ist Ivans Code-Schlüssel. Hol ihn und wir sind fein raus. Wir haben diesen Gang schon gecheckt. Vielleicht haben wir was übersehen. Wir machen's nochmal. Wie hätten wir denn was übersehen können? Hör mal, diese... Ja, aber... Aber du warst... Nicht... Moment noch. Ich muss mal dringend aufs Klo. Beeil dich! Wer hieß da? Na? Verdammt. Moment noch. Ich muss mal dringend aufs Klo. Beeil dich! Moment noch. Ich muss mal dringend aufs Klo. Beeil dich! Moment noch. Ich muss mal dringend aufs Klo. Ich muss mal dringend aufs Klo. Beeil dich! Ich versteh das nicht. Ach Gott. Dann geht er ja gar nicht aufs Klo. Moment noch. Ich muss mal dringend aufs Klo. Finden Sie Ivan bevor es die Russen tun. Beeil dich! Beeil dich! Klappt! Oh du hast aber einen schönen... Ein Klo... Oh du jetzt genau mit der Fresse in die Kloschüssel. Oh Gott. Verdammt. Hier klappt. Hier wird hier gezogen. Mit wem sprichst du? Wer ist da am Telefon? Bitte nicht! Sag mir wer! Hier! Ich will das verdammte Telefon nicht... Ich... Ich will dass du mir sagst mit wem du da redest! Ich weiß nicht. Ich dachte es seien die Bullen aber... Mit wem hast du gesprochen? Ich weiß nicht! Du hast fünf Sekunden um mir den Namen zu sagen. Abschau! Bitte! Fünf? Vier? Ich weiß es wirklich nicht! Drei... Zwei... Ich hab was... Das ist Ivan. Gerade noch rechtzeitig. Bist du Ivan? Ich... Ja! Sind sie Amerikaner? Polizei? Ja und nein. Die Polizei ist auf dem Weg. Bis dahin bin ich dein einziger Freund. Aber kein sehr enger. Wir müssen gehen! Schnell! Sie werden uns finden! Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will deinen Code-Schlüssel. So war das nicht abgemacht. Die Abmachung steht. Man wird dich lebend finden. Aber zuerst will ich den Code-Schlüssel. Das ist nicht was ich mit der Frau am Telefon abgemacht habe. Versuche ich dir zu erzählen wie man Zivilisten abschlachtet? Was? Das tue ich nicht. Also versuch du mir nicht zu erzählen wie ich meinen Job machen soll. Die Polizei ist auf dem Weg und du wirst es überleben. Gib mir den Schlüssel oder ich nehme ihn. Das war nicht abgemacht. Glaube das sagtest du bereits. Hör mal, gib mir einfach nur den Schlüssel. Ich hasse es Leute zum Schreien zu bringen. Davon bekomme ich nur Kopfschmerzen. Hier! Danke. Jetzt such dir ein gutes Versteck, bis die Polizei kommt. Verdammt! Du hast dir ordentlich Zeit gelassen. Fischer, das wird dir gefallen. Das macht mich nervös, wenn du das sagst. Die Russen sind im oberen Geschoss verteilt. Du wirst ein bisschen aufräumen müssen, bevor die Osprey landen und dich da rausholen kann. Aber rauskommen. Oder eher gesagt. Mal gucken, ist hier noch ein Medipack. Ein Klo nicht. Aber wie wir aufs Dach kommen. Wobei ich mich immer frage. Wieso sind die Abholdienste immer auf dem Dach? Naja. Werden wir beim nächsten Mal fahren. Also. Bis dann.